So, lieber Maxi, neues Jahr steht an. Erstmal wünsche ich dir ein frohes neues Jahr und der ganzen FC Bayern-Organisationen. Letztes Jahr war es für euch natürlich nicht so erfolgreich wie für uns. Wir haben euch natürlich deutlich geschlagen in der Challenge, die ihr uns da angeboten habt. Wie früher, Maxi. Wie früher. Ihr könnt euch auch nicht schlagen. Sportliche können wir erstmal außen vor lassen. Das Wichtige war natürlich die Challenge. Die habe ich natürlich für Würzburg-Haushof gewonnen. Aber wir sind ja faire Sportsmänner in Franken, das weißt du ja. Deswegen haben wir uns pünktlich zum nächsten Spiel gegen die Bayern, also dann am 28. im Heimspiel in Würzburg, haben wir uns eine neue Challenge ausgedacht. Und wie du dich ja früher hoffentlich noch erinnerst, haben wir früher ab und zu natürlich mit anderen Keksen. Aber wir haben immer das Prinzenroll-Wettessen gemacht. Und ja, zu der Challenge fordere ich dich eben heraus. Du brauchst eigentlich noch eine Stoppuhr. Und ja, wir haben hier die S. Oliver Baskets Kekse. Die selbstgemachten von Lukas und Georg. Und ja, du kennst die Spielregeln. Du nimmst den ganzen Keks in den Mund auf einmal. Dann versuchst du es so schnell wie möglich, das runterzuschlucken und zu essen. Und ja, wenn du dann pfeifen kannst irgendwann, wenn du ihn runtergeschluckt hast, dann ist quasi die Zeit, die entscheidet, wer gewinnt. Und ja, brauchen wir noch eine Stoppuhr. Die haben wir auch da. Und ich denke, das ist alles gesagt. Du verstehst das hoffentlich. Erinnerst dich. Ich versuche ernst zu bleiben bei der Challenge. Es ist natürlich wichtig, dass ich die auch noch hole. Und ja, wir schicken die natürlich, damit es gleich bleibt, haben wir noch ein Paket für euch vorbereitet. Oder für dich. Damit wir natürlich keine Wettbewerbsverzerrung haben. Damit ihr die gleichen Kekse habt für die Challenge. Und ja, dann fange ich einfach mal an, würde ich sagen. Ich probiere erstmal beide Kekse. Welcher sich besser eignet? Oh Gott, ey. Ich nehme mal den größeren einfach wie den hier. Ich glaube, das ist der von Lukas. Nein, das ist der von Georg, glaube ich. Also, ich stoppe die Zeit hier mal selber. So, auf die Plätze. Fertig. Los. Ich fange in Problem. Fertig. Am��. Ami. 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 Ami Ami. 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 Ami, Ami. Ami. Maxi, 36,08 Sekunden, geht glaube ich besser, aber ich habe alles versucht zu reden. Das ist deine Zeit, die du schlagen musst, gib dein Bestes. Bis dann.